Wilhelm Meisters theatralische Sendung, der sogenannte Urmeister, ist das Fragment eines Theaterromans von Johann Wolfgang von Goethe. In den Jahren 1777 bis 1785 entstanden, verwertete Goethe diesen Künstlerroman für seinen Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Eine von Barbara Schultes und ihrer Tochter gefertigte Abschrift des Urmeisters wurde 1910 gefunden und lag 1911 im Erstdruck vor. Theater Im Roman wird das Verhalten des Schauspielers zum Rollentext, zum Ensemble und zum Bühnenstück ausgiebig durchgespielt. Die Konfrontation des Bühnenautors mit seinem Stoff, mit der Schauspielertruppe, auch mit dem Publikum und besonders mit der bürgerlichen und feudalen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts nimmt breiten Raum im Romantext ein. Handlung Zahlen verweisen auf das betreffende Kapitel 3. Der Schuljunge Wilhelm Meister hat vier Geschwister. Seine Mutter kriegt noch in ihren Elternjahren eine Leidenschaft für einen abgeschmackten Menschen. Das Familienleben leidet unter dem Verhältnis, denn der Vater, ein ehrbarer Kaufmann, hasst schimpflichen Ehe- und Scheidungsprozess. 4. Wilhelm, der mit seinem Puppentheaterrollen für den König Saul und David einübt und spielt, geht seinen Weg über die erste Freude der Überraschung und des Staunens zur Wollust des Aufmerkens und Forschens. 5. Aus der Vorratskammer stiehlt Wilhelm ein geschriebenes Bücherchen, darin die Komödie von David und Goliath aufgezeichnet ist. Der Junge lernt sein Schauspiel auswendig, studiert das Stück ganz in sich hinein und ergreift alle Rollen. 8. Über die Bücher seines Vaters kommt Wilhelm an die Deutsche Schaubühne und verschiedene italienisch-deutsche Opern heran. Nun muss König Saul in seinem schwarzen Samtkleide den Schaumirem, Kato und Darius spielen. Wilhelm spielt meistens steil nur die fünften Akte, wo es an ein Todstechen geht. Der Donner gelingt nicht immer. Wilhelm schafft sich nach und nach neue Theatergarderobe. Dies oder jenes Stück interessiert ihn um irgendeiner Szene willen. 9. Besonders fesselt ihn Chlorinde, wirkt auf den keimenden Geist der Liebe, der sich in dem Knaben entwickelt. 10. Wilhelms Schulkameraden lassen sich Rollen geben und spielen mit. Die Jungen glauben, es sei leichter, ein Trauerspiel als ein Lustspiel zu machen. 12. Der Vater hofft, dass sich Wilhelm zeitig und ganz dem Handelsgeschäfte widmen möchte. Wilhelms schulische Leistungen sind vielversprechend. Im Laden des Vaters wird Wilhelm über das unendliche Wählen der Frauenzimmer nie verdrießlich, steht ihnen vielmehr mit gutem Ratte bei. Aber mit großen Schmerzen muss der Vater schließlich bemerken, wie Wilhelm, der seinen Vater liebt, das Handelsgewerbe verachtet. 14. Bis 16. Wilhelm besucht das Schauspiel, das etlich jemals des Jahres in seine Stadt kommt und lernt dort Marianne kennen. Marianne war eine Gewissensheuer, hat mit einem Menschen ohne Gewissen eingegangen. Der Gewissenlose ist verschwunden und Marianne gilt wechselweise für Jungfrau, Frau und Witwe. Wilhelms Gutheit, Ergebenheit, Beschränktheit, Unschuld, Genügsamkeit, Verehrung und Herzlichkeit machen Marianne anfangs verlegen. Sie ist von Natur eine gute Seele, fürchtet aber Wilhelm, möchte Erfahrenheit in ihren Augen lesen. Wilhelm bemerkt die Unordnung bei Marianne, denn in einem feinen Bürgerhause erzogen ist Ordnung und Reinlichkeit sein Element. 17. Marianne lernt das Glück der Liebe, das ihr Fremd war, in Wilhelms Armen erst kennen. Als berechnende Frau erkundigt sie sich gar bald wie nebenher nach Wilhelms Vermögen. 18. Sie ist ein. Sie hat sich hier hingegeben, jubiliert Wilhelm. Er will die Familie, seine uneinigen Eltern, verlassen. Dazu kommt, dass Werner, ein sehr gesetzter Mensch, sich um seine Schwester bewirbt und seine Stelle vertreten könnte. Seine Bestimmung zum Theater ist Wilhelm nunmehr klar. Das hohe Ziel, der vollkommenste Schauspieler zu werden, Schöpfer eines großen Nationaltheaters. 20. Marianne sieht Mutterfreuden entgegen. Mindestens zwei Männer kommen als Vater in Frage. 21 bis 23. Werner übernimmt das Handelsgeschäft und will Wilhelm auf Geschäftsreisen schicken. 21. Marianne ist das Recht, denn dann kann sie sich ungestört mit Normen abgeben, Wilhelms Nebenbohler. Zum Abschied schreibt Wilhelm Marianne einen glühenden Liebesbrief. Darin setzt er sie auch von seinen ernsten Absichten ins Bild. Als Wilhelm von Marianne Abschied nehmen will, entdeckte er, da ist ein Nebenbohler. 1 bis 5. Wilhelm ist lange krank. Er flieht. Die Menschen enthält sich in seiner Stube. Und er wäre auch untergegangen, hätte ihn nicht die Kraft seiner Natur, die wieder zum Geraden und Reinen strebte, gerettet. Wilhelm liest mit vielem Vergnügen Theaterbücher, die Poetik des Aristoteles und Cornell, die Abhandlung über die drei Einheiten Handlung. Gott und Zeit. Werner, der inzwischen die Schwester geheiratet hat, bewundert, was Wilhelm so vielerlei geschrieben hat. Im Gespräch mit Werner definiert Wilhelm den großen Theaterdichter. Eine tiefe innere Selbstständigkeit ist der Grund aller seiner Charaktere, Stärke des Geistes in allen Situationen ist das Liebste, was er schildert. Wer hat, schwärmt der weiter, Götter gebildet, uns zu ihnen erhoben, sie zu uns her niedergebracht. Als der Dichter, dann kommt Wilhelm auf das Thema Marianne und bricht in einen Strom von Tränen aus. Werner steht in der größten Verlegenheit dabei. In ellenlangen Gesprächen mit Werner favorisiert Wilhelm im Drama die Handlung als die Hauptsache. Sechs bis sieben während einer Landpartie mit Werner lernt Wilhelm den jungen Schauspieler Melina und seine Madame kennen. Melina hat sich mit seiner jungen Braut gegen den Willen ihrer Eltern davon gemacht. Die Madame will die Welt sehen und sich der Welt zeigen. Wilhelm möchte den beiden helfen. Melina strebt eine bürgerliche Bedienung an. Wilhelm, der möchte, dass Melina Schauspieler bleibt, hat Vorstellungen vom Schauspielerberuf, die Melina keineswegs teilen kann. Wilhelm sagt, er kenne keine Lebensart, die ihnen so viele Annehmlichkeiten darbietet als die eines Schauspielers. Melina. Man sieht, dass sie keiner gewesen sind. Als Wilhelm dann allein ist, hält er an seinem Ideal fest. Nichts ist auf der Erde ohne Beschwerlichkeit, nur der innere Trieb die Lust, die Liebe helfen uns Hindernisse überwinden. Wilhelm meint, dass in den Menschen ein besserer Funke lebt. Wilhelm wird von Werner als Schuldeneintreiber auf Reisen geschickt. Eins auf seiner Reise kommt Wilhelm in einsamen Gebirgen zwischen undurchdringlichen Wäldern zu Hochdorf an einer Wachstapetenfabrik vorbei, deren Direktor auf Wilhelms Liste der Schuldner steht. Der biedere Direktor zahlt auf der Stelle in Golde aus und ist auch noch menschenfreundlich. Wenn es an Aufträgen mangelt, lässt er seine Arbeiter Komödien spielen. Eine solche Aufführung erlebt Wilhelm mit. 2. Nach einigen Tagen Reisen treibt Wilhelm weitere Schulden ein und trifft auf eine große Gesellschaft von Seiltänzern, Springern, Gaukleern. Wilhelm macht sich Gedanken über das Trauerspiel, dass es die Leidenschaften reinige, er findet aber niemanden, dem er diese Betrachtungen hätte mitteilen können. 3. Zu Hochstedt Dann schwillt Wilhelms ein getriebenes Kapital auf beinahe 1500 Thaler an. Einige Handelsleute machen sogar noch Bestellungen bei ihm. Wilhelm kann sich wenden, wohin er will, er trifft auf eine Truppe Komödianten. Muss denn das Schicksal, sagt er sich immer zu diesen Leuten führen. Mit denen ich doch keine Gemeinschaft haben will noch soll. Herr und Frau Melina sind mit von der Partie. 4. bis 6. Wilhelm begegnet bei der Truppe, die von der Direktreise Madame D'Retty zusammengehalten wird, dem Mädchen Minion. Wilhelm schätzt Minion 12 bis 13 Jahre. Ihr Körper ist gut gebaut, ihre Gesichtsfarbe bräunlich. Minion antwortet Wilhelm in einem gebrochenen Deutsch und mit einer Art die Wilhelmin in Verwirrung setzt. Madame D'Retty hat Minion dem Herrn einer Seiltänzer-Truppe für 100 Dukaten abgekauft, weil dieser das Kind auspeitschte. Nach Madame Melinas Ansicht ist Minion zu gar nichts Nütze. Auswendig lernt sie sehr geschwind, spielt aber erbärmlich. Minion will 100 Dukaten sparen. Minions Gestalt und Wesen wird Wilhelm immer reizender. 7. Wilhelm bleibt bei der Truppe, der Direktreise Madame D'Retty. Madame Melina zieht ihn an, weil sie von ihm zu lernen und sich nach ihm zu bilden versucht. Man lässt ihn merken, dass er sowohl Kenner als Liebhaber und Beschützer des Theaters ist. Wilhelm borgt der Direktreise größere Summen einkassierten Geldes. Die Direktreise wird bei anderen Gläubigern wieder kreditwürdig. Man isst und trinkt, man lebt in Freuden. 8. Am allerlustigen feiert die Truppe auf Wilhelms Kosten. Als Minion von einem Unbekannten geküsst wird und ihn dafür ins Gesicht schlägt, dass die Ohren sumsen und der Backen brennt, setzt sich Wilhelm für sie ein, darauf kommt Minion zu ihm und sagt, 9. Wilhelm arbeitet an seinem Trauerspiel Belsasa. Der Medischee-König Darius hat darin einen Anschlag auf Babylon vor. Die Truppe ist sich einig, das Stück muss gespielt werden. 10. Herr Bendel, der Geliebte der Direktreise, eine ungeschickte, breite Figur ohne den mindesten Anstand, ohne Gefühl, soll den Darius spielen. Der Trinker Bendel hat alle Fehler, die einen Schauspieler verwerflich machen. 11. Wilhelm freundet sich mit Herrn von C. an. Dieses Stück, so schätzt der neue Freund Wilhelms Trauerspiel ein, ist nur von innen herausgeschrieben, es ist ein einziger Mensch. Der fühlt und handelt die Direktreise nutzt Wilhelm aus. Nach und nach gibt er sein ganzes Geld für Bühnenhandwerker etc. hin. Am Tage der Uraufführung des Belsasa hat Herr Bendel wieder einen neuen, schweren Anfall seiner Krankheit. Das ganze Haus ist angefüllt, das Publikum wird unruhig und pocht schon eine Viertelstunde. Von der Direktreise und Madame Melina überredet, spielt Wilhelm unvorbereitet den Darius und hat Erfolg. 1. Gehst du nach Italien, sagt Mignon zu Wilhelm, so nimm mich mit, es friert mich hier. Mignon singt, kennst du es wohl. Dahin, möchte ich mit dir um meinen Gebieter ziehen. Kennst du das Haus? Und Marmorbilder stehen und sehen mich an, was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin, möchte ich mit dir um meinen Gebieter ziehen. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Es stürzt der Fels und über ihn die Flut, kennst du ihn wohl. Dahin, geht unser Weg. Gebieter, lass uns ziehen. 2. Herr Melina überredet Wilhelm, er solle bei der Direktreise wenigstens einen Teil des verborgten Geldes eintreiben. Widerwillig begibt sich Wilhelm zu Madame D'Retty. Die speist ihn mit einem Bruchteil des Geldes ab. Den Löwenanteil hat Herr Bendel. 3. Wilhelm will nie das Theater wieder betreten. Mignon führt Wilhelm einen Eiertanz vor. Wilhelm möchte dieses verlassene Wesen an Kindes statt seinem Herzen einverleiben. 5 bis 8 während der zweiten Aufführung des Belsaser wird der Herr Bendel in der Rolle des Darius von Pomeranzen aus dem Parkett getroffen. Das Ensemble zieht sich hinter die Kulisse zurück. Herr Bendel kämpft allein gegen das Publikum, indem er zurückwirft und trifft. Eine große Anzahl mit Stärken bewaffneter Zuschauer ersteigt die Bühne und verwüstet sie. In dem Getümmel verschwindet die Kasse mit den Tageseinnahmen. In der Nacht macht sich die Direktreise mit ihrem Herrn Bendel davon. 9. Zwar hat Wilhelm sein Geld verloren, glaubt aber, dass es doch am Ende wohl angewendet sei, weil er dafür teure Erfahrungen gemacht. Welche ihm auf sein ganzes Leben nützlich sein würden, die Direktreise ist abgegangen, hat aber Mignon nicht mitgenommen. Mademoiselle Filine, eine junge, muntere Aktrice, kommt zu Wilhelm aufs Zimmer. Die leichtfertige Filine beträgt sich so artig, so schmeichelnd, so eifrig, dass Wilhelm sie nicht abweist. Zwölf weiter geht die Reise. Wilhelm sitzt in einem Wagen mit Mignon, Frau Melina und ihrem Mann. Nach einer Reise von etlichen Tagen in einem Wirtshause weist Wilhelm die Annäherungsversuche von Madame Melina ab. Seit dem Fiasko mit Marianne hat Wilhelm ein Gelübde getan, das treulose Geschlecht zu meiden. Da meldet sich ein alter Hafenspieler bei Wilhelm an. Nach dem Hafenspiel fühlt sich Wilhelm wie neu geboren und ruft aus. Nimm meine Verehrung und meinen Dank, fühle, dass wir alle dich bewundern und vertraue uns, wenn du etwas bedarfst. Zur Antwort singt der Hafner. Was schallet auf der Brücken? Der Knabe kam, der König rief, lasst ihn her ein den Alten. Punkt, Punkt, Punkt. 13 Filine liebkost Wilhelm auf offener Straße wie ihren Ehemann. Wilhelm, der, wenn eine Laube sie mit Einsamkeit umgeben, die Liebkussung sogar erwidert hätte, weist sie ab. Filine hat noch einen anderen Verehrer, den gräflichen Herrn Stallmeister, der hoch zu Ross daherkommt. Wilhelm, unruhevoll, sucht Ruhe bei dem alten Hafner. Er sucht und findet den Alten in einem entfernten Winkel des Städtchens. Wilhelm horcht an der Tür des Alten und vernimmt dessen wehmütige Klage, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. 14 Der kunstsinnige Herr Graf erscheint und Herr Melina stellt ihm seine Truppe vor. Die Frau Gräfin bemängelt Filines Garderobe. Die Truppe hofft auf einige Wochen glückliche Aussichten. 16 Wilhelm ist hin- und hergerissen. Die pflüchtige Neigung zu Filin regt seine Lebensgeister an. Mit Hafenspiel und Gesang erhebt ihn der Alte zu den höchsten Gefühlen. Aber Wilhelm befindet sich bei den Schauspielern in schlechter Gesellschaft. Dabei ist sein altes bürgerliches Verhältnis schon wie durch eine Kluft von ihm getrennt. Sein gepresstes Herz strebt nach Erleichterung. Die findet Wilhelm bei Mignon. Mein Kind, ruft Wilhelm aus, mein Kind. Du bist ja mein. Ich werde dich behalten. Dich nicht verlassen, Tränen fließen. Sanft fängt vor der Türe die Hafe an zu klingen. Eins bis zwei geht nun Wilhelm mit der Truppe auf das gräfliche Schloss oder macht er als Werners Schuldeneintreiber weiter? Die Truppe isst und trinkt bereits auf Rechnung des Grafen und lernt Rollen. Die gräflichen Herrschaften haben große Liebe für die Literatur, besonders für die deutsche. Wilhelm zieht Szenen zusammen, richtet Rollen nach dem Geschicke des Akteurs mehr ein. Die Truppe hofft beim Grafen auf Glück, Ehre und Wohlstand, wird aber ganz schäbig und äußerst mangelhaft untergebracht. Drei Norphiline hat den Vogel abgeschossen, sie darf aufs gräfliche Schloss. Wilhelm, obwohl geladen, bleibt in der Absteige bei der Truppe. Vier in der gräflichen Umgebung lernt Wilhelm Jarno kennen. Wilhelm empfindet für Jarno eine gewisse Neigung, obgleich er etwas Kaltes und Abstoßendes hat. Hermelina befiehlt der Truppe sehr streng, sie sollen sich nunmehr ordentlich halten, ein jeder seine Rollen auf das Beste lernen. Aber man lebt zügellos. Das Theatergerüste wird aufgeschlagen, ausgeziert, was man von Dekorationen in dem Gepäcke hat. Wilhelm wird von der Gräfin empfangen. Er soll vorlesen, kommt aber gar nicht dazu. Die Gräfin widmet ihre Aufmerksamkeit lieber einem Galanteriehändler und beschäftigt sich mit ihrer Toilette. Wilhelm wird mit einem Geschenk abgespeist. Sechs der Graf und Jarno bereiten akribisch eine fragwürdige Szene zur Begrüßung des Prinzen vor. Wilhelm studiert die Lobeshymne ein. Filine, die Favoritin der Stallmeisters, probt freudig und ausgelassen mit. Mignon verweigert den Eiertanzauftritt. Sieben bis Elfe der Prinz kommt an. Jarno, der gefühllose Weltmann, sagt Wilhelm mit hartherziger Kälte, die Wahrheit. Es ist schade, dass sie mit hohen Nüssen um hohe Nüsse spielen. Wilhelm wird angehalten. Rasin, den Lieblingsautor des Prinzen. Gelegentlich zu loben, Jarno gibt Wilhelm auf eine unfreundliche Art neue Ideen. Er muss von Wilhelm erfahren, dass dieser Shakespeare nicht kennt. Wilhelm fängt an zu wittern, dass es in der Welt anders zu gehe, als er sichs gedacht. Er schließt sich ein. Nur Mignon und der Hafner haben Zutritt zu Wilhelms schickspirischer Welt. Wilhelm glaubt, vor den aufgeschlagenen ungeheuren Büchern des Schicksals zu stehen. Filine schmeichelt sich bei den Vornehmen und großen Damen ein. Der Prinz reißt ab. Auch die Truppe darf nicht länger bleiben. 14 bis 15 Vorräubern auf der nächsten Wegstrecke der Truppe wird gewarnt. Wilhelm und einige der Theaterleute bewaffnen sich. Wilhelm ermutigt die Furchtsamen. Auf einem Waldplatz wird die Truppe dann tatsächlich überfallen und ausgeplündert. Wilhelm wird von einem Schuss zwischen der Brust und Schulter verwundet. Eins auf dem Waldplatz erscheint eine Schür Amazone. Ein weiter Mannsüberrock, der ihr nicht passt, verbirgt ihre Gestalt. Ein Wundarzt in ihrem Gefolge erledigt bei Wilhelm die chirurgische Erstversorgung. Die gnädige Dame deckt den Verwundeten mit ihrem Überrock zu. Als Wilhelm wieder zu sich kommt, sind Reuter und Wagen, die Schöne samt ihrer Begleitung verschwunden. Zwei bis drei die Truppe findet Notunterkunft. Filine und Wilhelm werden für das Ehepaar gehalten. Jeder Mann wirft nun die Schuld eines so üblen Ausgangs auf Wilhelm. Er fühlt sich unschuldig und ist entsetzt, weil er von der Truppe so behandelt wird, als er Hilfe erwarten könnte. Trotzdem verspricht er der Truppe, sie aus dem Elend herauszuführen. Mehr noch, ein jeder soll doppelt und dreifach so viel erwerben, als er verloren. Vier es stellt sich heraus, die schöne Amazone sollte wahrscheinlich statt der Truppe überfallen werden. Aus Dankbarkeit habe die gnädige Dame für die Truppe gesorgt, als Wilhelm unmächtig wurde. Und sie sorgt im Hintergrund weiter. Wilhelm bekommt den nächsten Chirurgus. Sieben auf dem Krankenlager studiert Wilhelm die schickspirischen Schriften, besonders Hamle. Das Bild der hilfreichen Schönen schwebt vor seinem Gemüte. Im Nebenzimmer singt Mignon zur Hafe, weiß, was ich leide. Nach jener Seite. Erste in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt. Mein Eingeweide, weiß, was ich leide. Mignon spricht noch immer sehr gebrochen, Deutsch. Wenn sie singt, scheint sie sich des einzigen Organs zu bedienen, wodurch sie ihr Inneres aufschließen und mitteilen kann. Acht in H. Angekommen, trifft Wilhelm den Theaterdirektor Serlo, dessen Schwester, die junge Witwe Aurelia und die vorausgeeilte Truppe Melina. Wilhelm empfiehlt Serlo die Truppe, neun Feline setzt Wilhelm ins Bild. Aurelia hat einen dreijährigen unehelichen Sohn von Lothar. Elf Aurelia durchschaut Wilhelm. Mit Verwunderung bemerkte ich an ihnen den großen und richtigen Blick, mit dem sie Dichtung und besonders dramatische Dichtung beurteilen. Ohne die Gegenstände in der Natur gekannt zu haben. Erkennen sie solche im Bilde? Es scheint eine Vorempfindung der ganzen Welt in ihnen zu liegen. Von außen kommt nichts in sie hinein. Ich habe nicht leicht jemanden gesehen, der die Menschen, mit denen er lebt, so von Grund aus verkennt wie sie. Wilhelm, der Introvertierte, erkennt, niemand hat ihn so mit sich selbst bekannt gemacht. Er bestätigt, ich habe von Jugend auf mehr einwärts als auswärts gesehen und da ist es sehr natürlich, dass ich den Menschen bis auf einen gewissen Grad habe kennenlernen, ohne mich auf die Menschen im Geringsten zu verstehen. Aurelia sieht in Wilhelm den jungen Dichter und Künstler. Seine Unschuld sei wie jene Hülle, die eine Knospe einschließt und nährt. Unerbittlich wirft Aurelia Wilhelm vor. Mignon versetzt Wilhelm in Verlegenheit. Bei einer guten Nacht schließt sie ihn so fest in ihre Arme und küsst ihn mit solcher Inbrunst, dass es ihm vor der Heftigkeit dieser aufkeimenden Natur oft Angst und Bange wird. Zwölf Wilhelm empfindet keine Zärtlichkeit für Aurelia und bezeichnet sich als ihren Freund. Ihr leidenschaftlicher Verstand leitet ihn aus der idealischen Welt in die Ware herüber. Wilhelm gesteht Aurelia seine unglückliche Liebe zu Marianne. Aurelia nennt sich eine Halbwahnsinnige und benimmt sich mitunter auch so. Zalo wird Wilhelms Lehrer und Führer in seiner Lieblingskunst. 13 Zerlo will Wilhelm an seiner Bühne haben. Wilhelm zögert. Bei Zerlo wollte ich unterzukommen suchen, er sucht nun mich. Zalo will schließlich Wilhelm und die ganze Truppe Melina dazu. Nun muss Wilhelm, ja denn, sagen. Mignon. Mignon wird im Fragment durchweg als Mädchen beschrieben. Nur im dritten Kapitel des vierten Buches ist fünfmal hintereinander, bezogen auf Mignon, von R. die Rede. Nach Friedental wird unter Mignon in der Goethe-Zeit homosexueller Liebling verstanden. Wilhelm wird von Frauen geradezu umschwärmt. Nach dem Fiasko mit Marianne wendet er sich aber keiner zweiten Frau zu, obwohl es wie gesagt an Angeboten keineswegs mangelt. Wilhelm behält durch alle Fairness hindurch sein allerliebstes Schauskind Mignon bei sich. Zitate. Aus dem Werk sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an. Goethe über sein Werk Rezeption. Hermann Hesse bewundert das Werk. Der Anlass von Hesses kleiner Notiz dürfte ein aufsehener Regenderfund aus dem Jahre 1910 in Zürich sein. Eine Kopie des Uhrmeisters aus den Jahren 1777 bis 1785 wurde entdeckt und ein Jahr darauf veröffentlicht. Welche Fassung ist schöner und wertvoller, fragt Hesse, dieser Künstlerroman oder der, der aus ihm hervorgegangen ist, Wilhelm Meisters Lehrjahre, der Roman des Menschen, Hesse findet ein wundervolles Gleichnis. Die Frage ist vergleichbar mit der erste der Frühling schöner als der Sommer? Ja, folgerichtig stellt Hesse den kostbaren Fund als unersetzliches prächtiges Stück götischer Jugendprosa heraus. Nach Friedenthal hat Goethe mit der Madame Derretti die Neuperin porträtiert. Als Figuren durchgestaltet seien außer Wilhelm besonders Mignon und Filine. Unbedingt zutreffend ist Friedenthalts Beobachtung, nach der Wilhelm-Bildungsgepäck aufgeladen wird. Der Roman ist gleichsam mit Lehrstoff zur Theaterpraxis überfrachtet. Jorgensen, Bohnen und Orgara vergleichen die theatralische Sendung mit den Lehrjahren. Boyle geht ausführlich und sehr treffend auf das Geschehen in jedem der sechs Bücher des Romans ein. Wilhelm, der den Vornamen Shakespeare trägt, hat eine Sendung. Diese ist nichts Geringeres als die literarische Veränderung Deutschlands. Die Aversion Goethes gegen das fahrende Volk der Schauspieler zeige sich insbesondere in der Abwendung Wilhelms von Filine und in der Hinwendung zu. Mein Jung und zum Hafner. In Verbindung damit wird die erstaunliche lyrische Unterlage des Prosa-Textes beleuchtet. Wilpert betont Goethes lebendigen Erzählstil in der theatralischen Sendung. Konradi hebt den autobiografischen Charakter der theatralischen Sendung und ihre Ausforschung durch die Psychoanalytiker hervor.